Hey Leute, willkommen zurück zu Beyond Two Souls. Ihr dachtet doch nicht, dass es jetzt schon vorbei ist, oder? Ja, es kommen nämlich noch die herunterladbaren Inhalte, fortgeschrittene Experimente dran. Ja, falls es euch entgangen sein sollte, ich habe das jetzt auch nicht explizit erwähnt, im letzten Video werde ich in der Videobeschreibung die alternativen Enden verlinken und dort könnt ihr euch dann einfach durchklicken und die euch anschauen. Ich werde da nicht extra nochmal ein Video dazu machen. Also, die sind oft nicht gelistet, aber ihr findet sie dann dort und könnt sie euch dort dann einzeln anschauen. Das heißt, ihr findet sie auch nicht in der Suche jetzt, bei meinen Videos. Und unter Druck gelassen bleiben. Die DPA-Oberbosse haben diese Trainingsanlage speziell für dich und Aiden gebaut. Also enttäusche sie nicht. Ich bin im Kontrollraum und überwache dich dabei. Viel Glück, Rekut Homes. Ja, Nick ist schon cool, glaube ich. Zeig sie ihm, Jodie. Mach dein Ding. Ja, den mag ich eigentlich. Okay, da fühle ich mich ja geschmeichelt, dass das extra für mich gebaut wurde hier alles. Oder für Jodie und Aiden. Wollen wir mal gucken, wie wir hier durchkommen. Was? Achso, ich kann rennen. Ah, warum sagt mir das keiner? Das ganze Spiel über hier. Mach schon, Aiden. Ah ja. Ich dachte eigentlich, das ginge die ganze Zeit, dass ich spritzen könnte. Aber es ging wohl nur in solchen gewissen Situationen. Alles klar. Nummer zwei. Äh, was soll ich hier machen? So ja, Bams. Jawoll. Schön. Da habe ich schon gesehen, da führt irgendwas. Ach ja, ein Paneel. Mit Handabdruck. So. Dann aber hopp, Jodie. Wirf dich hin. Einen knackigen Hintern. In den Staub. So. Ei, ei, ei. Der ist aber auch knackig, Leute. Ja, das ist jetzt vielleicht nochmal eine schöne Auflockerung, wenn man überlegt, das Hauptspiel, weil ja allgemein... Was? So. Warum ist das hier so dunkel? Ach, das ist ein Labyrinth? Warte mal. Ich muss da an die Tür, glaube ich. Was kann ich da machen? Kann ich die Dinger einschlagen oder wie? Ah, guck mal an. Warte, ich werde dir mal einen Weg ebnen. Und, äh, dann hier. Okay. Warum ist das Ding jetzt wieder aus? Kann ich immer nur eins? Ja, scheinbar kann ich immer nur eins anmachen. Ist ja ärgerlich. Josh ist ja ärgerlich. Aber warte mal, ich kann sie eigentlich auch hier durchlotsen. Ich glaube, das wäre das Einfachste, oder? Na komm, dann versuchen wir es mal. Ich gehe einfach hier durch. Ich sehe zwar nichts, aber ist schon okay. Äh. Ja, schaut gut aus. Ich muss. Oder wenn ich hier irgendwas sehen würde. Aber es ist komplett duster. Hier. Und ihr wisst ja, die Steuerung ist auch nicht unbedingt dafür geeignet, dass man hier Präzisionsarbeit leisten kann. Nee, nicht wirklich. Oh, da. Oha. Warte mal. Lass mich raten. Ich muss wohl die Schalter hier betätigen und dann geht die Sprinkleranlage. Nee. Warte, warte, warte. Das ist der oberste. Ach ja, jetzt. Eigentlich sehr leicht zu durchschauen. Aber cool gemacht das Ganze, finde ich. Nein, ich möchte gerne zu Aiden. Und das ist der mittlere. Der kommt von da. Wo geht der? Na, nein. Nicht der Aiden. Nicht zu hast. So, und jetzt noch der und dann hätten wir alle drei. Okay. Und hier. Jawoll. Habt ihr gut gemacht, ihr beiden. Wo haben wir denn schon? Oh. Ich war fast vier Minuten rum. Äh. Wie komme ich da jetzt weiter? Das Ding ist ja zu. Äh. Okay. Ach. Warte mal. Wie geht die Tür irgendwie auf? Was ist das? Ist das ein Laser? Ach, hier. Vier voll. Nummer fünf. Was ist das für ein Teil? Eine Kamera, oder? Warte mal. Oh. Habe ich da rauf? Und tapp. Komm, Jodie. Ah. Hättet ihr es geschafft, euch da so einen Block hochzuziehen? Ich weiß ja nicht. Das ist gar nicht so leicht. Euer eigenes Gewicht. Sehr gut. Alles klar. Da ist ein Aufzug. Warte mal. Bringst du das? Ja, das bringt es doch schon. Sehr gut. Das ging ja schnell. Ich glaube, die Kamera soll uns nur beobachten. Ich komme mir echt vor wie bei Portal, Leute. Ich glaube, das ist auch so eine gewisse Absicht dahinter, dass man sich so vorkommt. Ich glaube, die Teile müssen wir irgendwie zusammenbringen. Kann das sein? Aha. Und jetzt? Muss ich die Kugel da irgendwie rüberwuchten? Was? Was soll ich denn da machen? Was soll ich denn da machen? Okay. Vielleicht da oben. Mit der Laufkatze. Ah. Guck mal. Genau. Und jetzt? Hier. Ach, sieht man an. Das ist jetzt so eine Art Abrisskugel oder wie? Na, das hat nicht so ganz geklappt. Ah, ich kann mir denken, was ich tun muss. Ja, ja, ja. Ich muss wohl die Kugel... Beziehungsweise die... Ja. Ihr werdet es gar nicht sehen. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt erklären soll. Ich muss die Laufkatze hier hochbringen. Und dann rüber... Also, ne? Ihr wisst schon. Hier. Das Teil nennt man Laufkatze hier. Also so eine Art... Ein Schienenkran, wenn man so will. So, und jetzt mache ich das Ganze los. Und dann müsste ich die Wand einschlagen. Jawohl. Sehr gut. Ach, ne. Nicht, 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 nicht Eiden. Nicht Eiden. Hier. Schön gemacht, Jodie. Bin stolz auf dich. Was haben wir denn da Schönes? Da blockiert irgendwas scheinbar. Ach ja. Vielleicht da raufsteigen. Und was nu? Da muss ich den Schalter drücken scheinbar. Nein, nein, nein. Noch nicht runter, Jodie. Ach so, doch, muss ich. Und jetzt kann ich mit Eiden den Aufzug aktivieren scheinbar. Ich hoffe, sie steht auch richtig drauf. Ja, okay. Sie ist noch ein Schrittchen vor. Oh, Leute. Das ist was cool. Das erinnert mich wirklich immer mehr an Portal. Auch mit den Farben hier. Warte mal. Ich glaube, wir müssen irgendwo eine Leiter runterlassen. Ist das hier zum Langhangeln wahrscheinlich? Ach ja. Das sieht schon mal gut aus. Irgendwie komme ich jetzt hier rauf. Ist das ein Streben? Guck mal, da kann ich hochklettern. Oder? Ach doch. Kann ich, kann ich. Oh Gott. Klettern auch noch. Zack. Okay. Sehr schön gemacht, Jodie. Jetzt noch Strecksprung und wir sind alle zufrieden. Na gut, der Popo langt auch. Der hübsche Popo noch einmal in die Kamera. Das ist okay. Nein, ich bin kein Misogyn. Aber ich mag es gerne, hübsche Frauenpopos anzugucken. Warum gehst du da nicht rüber, Jodie? Jodie. Warum denn nicht? Das ist ein Kletter-, also ein Schwebebalken, oder? Kannst du da nicht drüber balancieren? Ach das, nee. Natürlich ist das nicht zum Balancieren gedacht. Das ist für eine Plattform. Zum Rüberfahren. Oh, von dem Ruck. Also eigentlich hätte es ja von dem Ruck jetzt irgendwie durchgeschüttelt worden sein müssen. Zack, hier, komm. Ach so. Äh, warum machst du das? Jetzt. Oh, nee. Das war zu früh, Leute. Das war richtig doof von mir. Das war doof von mir. Hoffentlich kann sie sich so lange festhalten. Und? Zack. Sehr schön. Wir sind ein super Team, Jodie. Wir kriegen das gemeinsam hin. So. Sieht doch super aus bisher. Irgendwas muss ich da drüben jetzt wollen machen. Äh, was bringt das? Ah. Natürlich. Oh. Wolltet ihr mich nochmal drankriegen, ja? Sehe ich das richtig? Ihr Fiesen. Oh, 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 oh. So Sachen hasse ich ja, ne? Wirklich. Sowas mag ich gar nicht. Ich habe jetzt keine Höhenangst, aber... Da fühlt man sich doch ein bisschen unwohl bei der Sache. Nein. So, bitte. Dankeschön. Wir hoffen, die Fahrt mit dem alten Taxi hat Ihnen gefallen. Was? Was war das für ein Geräusch? Was war das für ein Geräusch? So, ich glaube, eine Seite haben wir. Und, äh... Die andere ist irgendwo da unten. Nee, oder? Hätte ich jetzt da unten anfangen sollen, oder wie? Och, nein. Ach nee, das ist seine Seite. Ah, okay. Haben wir es. Sehr schön. Komm, Jodie, du musst... Also, das wäre jetzt mit zwei Spielern hier viel praktischer, stelle ich gerade fest. Das ganze Spiel über war das eigentlich mehr so ein Gimmick. Aber... Das jetzt ist schon sehr sinnvoll. Sieben. Wow. Ich bin sprachlos, Jodie. Ich weiß, was du kannst. Aber das? Du bist da einfach so durchmarschiert. Okay. Fürs nächste Mal brauchen wir was, das ein bisschen schwerer ist. Sehr gut, Jodie. Du auch, Iden. Hast dich selbst übertroffen, Kumpel. Ach, das war es schon? Och, schade. Ich dachte, das geht noch ein bisschen. Vielleicht nochmal so ein Sparring, aber... Ernsthaft? Das war jetzt das, was das Bonus-Kapitel ausgemacht hat? Ich habe irgendwas gelesen von einer halben Stunde. Ich habe jetzt hier auf der Uhr 13 Minuten stehen. Och, Mann. Fand ich ein bisschen schade jetzt. Das war sehr, sehr kurz. Dafür, dass es ein Bonus war. Na ja. Wir können ja mal ganz kurz schauen. Ja, das ist der erste Elfte. So, was haben wir denn da? Warte. Ich will mir gerade mal die Trophäen ansehen. Das zeige ich euch jetzt noch. Das zeige ich euch jetzt noch. Das war hier, ne? Trophäensammlung. So, ich habe die übrigens während des Spiels ausgestellt. Ab einem gewissen Punkt habt ihr vielleicht mitbekommen. Da seht ihr es sogar, wann ich die geschafft habe, die Trophäen. Naja, wo haben wir es denn? Oh Gott. Alle Enten. Was haben wir da? Aha. In jedem Kampf mit den bösen Existenzen erfolgreich gewesen. Das Ende. Eine mögliche Realität wurde entdeckt. Ja, das war heute. Also vorhin erst. Ich habe die Uhr noch nicht umgestellt auf Winterzeit. Aber na ja. Gut. Ne, schade. Dann war es das hier mit. Und mit Beyond Two Souls, liebe Leute. Dann war es das wohl leider. Naja. War ein bisschen kurz das Bonus-Kapitel. Ich habe eigentlich gehofft, das wäre länger. Und dass ich jetzt nur ein Achievement dafür kriege. Wie gesagt, ich habe es hier ausgestellt. Weil ich fand das Tat der Stimmung nicht gut. Und na ja. Alles klar, liebe Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dieses kleine Bonus-Ding. Beyond Two Souls ist hiermit beendet. Das Let's Play ist vorbei. Tut mir auch ein bisschen leid. Aber alles Schöne muss hier einmal enden. Und ich habe 30 Parts genau geschafft. Ich weiß nicht. Ich habe da irgendwie so einen Tick immer genau eine Zahl voll zu bekommen. So eine glatte Zahl. Oft gelingt es ja auch. Naja. Wie auch immer. Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir noch was Schönes da lasst. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Was ja da sein wird, wie ich schon erwähnt habe. Demon's Souls auf 100%. Da ich keine Achievements mehr habe. Weil das ist auf meiner alten Playstation. Habe ich das Platin gehabt. Werde ich jetzt nur wahrscheinlich noch. Ich glaube, man muss es viermal durchspielen. Um wirklich alles zu bekommen. Und ich meine jetzt nicht die Welten-Tendenzen. Sondern auch was die Seelen der Bosse angeht. Und wenn ich das dann habe, dann ist es vorbei. Dann habe ich es erst durch. Und das kann eine ganze Weile dauern. Demon's Souls ist ja nicht sehr leicht. Einige sagen, es ist sogar schwerer als Dark Souls. Aber das finde ich nicht. Absolut nicht. Gut, liebe Leute. Ich verabschiede mich. Ich bin der Bro. Ich wünsche euch was Schönes. Haut's rein und tschö tschö.